Hier ist der nächste Glatzenkandidat heute Abend, Norman Jendritschek hat uns versprochen, wenn er länger braucht als Runde 3 in seinem Kampf, lässt er sich eine Glatze rasieren. Angebot steht? Angebot steht immer noch, ich habe es gesagt und dazu stehe ich auch. Und wenn du Runde 2 machst, machst du eine halbe Glatze? Sagen wir es mal so, wenn ich Runde 1 zu Ende mache, machst du denn eine Glatze? Nee, ich brauche meine Haare, das geht definitiv nicht. Spaß beiseite, wie fit bist du heute? Wie viel Power steckt in dir und was kann eigentlich noch passieren? Also ich bin topfit heute, ich bin zwar natürlich nervös wie vor jedem Kampf, aber ich freue mich drauf und will zeigen, was ich in den letzten Monaten gelernt habe. Ich habe eine intensive Vorbereitung gehabt für diesen Kampf und ich freue mich riesig drauf und ich werde heute allen zeigen, was ich halt gelernt habe und es können alle gespannt sein. Okay, sind wir, wir sehen dich nachher im Ring und alles Gute! Ralf Hirsch ist bei mir, der Sportdirektor der Stadt Dessau. Er hat hier sozusagen den ganz großen Hut auf. Ja, wie zufrieden sind Sie? Also ich bin bis jetzt begeistert, muss ich sagen, von der Atmosphäre hier in der Arena. Es ist ein riesiger Boxtempel heute geworden. Eine tolle Stimmung, tolle Kulisse, viel, viel mehr als im letzten Jahr. Also ist, denke ich, genial bis jetzt und die großen Kämpfe kommen ja noch. Also ist noch einiges im Köchern sozusagen. Wie viele Leute haben denn heute den Weg in diese, ja, wunderschöne Anhalt-Arena gefunden? Also sie ist wirklich schön, immer wieder, muss ich sagen, auch bei solchen Events, mit der unterschiedlichen Ausgestaltung, heute eben Boxen. Also die genaue Zahl ist noch nicht, weil die Abrechnung noch läuft. Aber es sind, ich kenne ja meine Arena, mein Wohnzimmer sozusagen. Also es sind über 2.000 auf jeden Fall, vielleicht grob 2.200. Genau, ganz genau auf den Punkt werden wir nachher noch erfahren. Okay, gucken wir in die Zukunft. 2014, ist es jetzt schon sicher, dass es wieder eine Boxnacht in Dessau geben wird? Oder ist da noch ein Fragezeichen dran? Also aus meiner Sicht, wie ich es heute Abend einschätzen kann, ist kein Fragezeichen. Natürlich werden wir das im Gremium dann besprechen, also mit den gemeinsamen Veranstaltern, also sprich PS490, 8M Halle und Sportamt, wir drei. Aber natürlich haben wir auch im Vorfeld schon gesprochen, warum soll man aufhören, wenn es gut läuft und wir ja auch Pläne für die Zukunft haben. Natürlich müssen sich immer gute Kämpfe anbieten, aber ich denke, das bekommt man auch hin. Solange wir hier aus der Region, denke ich, sich immer wieder Kämpfe anbieten, ist das machbar. Und man sieht ja die Hoffnungen, die wir hatten, noch vor zwei, drei Wochen, auch bei der großen Pressekonferenz, die haben sich ja zu 100 Prozent erfüllt, kann man sagen. Also mit einer riesigen Resonanz. Und da kann man schon beruhigt, denke ich, in die Zukunft planen und in die nahe Zukunft. Das ist dann halt das Jahr oder Anfang Dezember 2014. Und ich denke mal, wenn wir den Abend heute genossen haben, hinter uns gebracht haben alle gemeinsam und dann in den nächsten Tagen auch eine Auswertung machen, der gesamten Veranstaltung, aller Abläufe, der sportlichen Wertigkeit etc. und und. Dann gehen wir im Prinzip schon über an die Vorbereitung auf das kommende Box-Event. Dann Anfang Dezember 2014. Pascal, herzlichen Glückwunsch, der Gürtel ist seiner. Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich bin sehr zufrieden, mehr als zufrieden. Ich habe jetzt den zweiten Titel geholt in diesem Jahr. Wie gesagt, ich danke meinem Trainer über alles, weil der sich wirklich für uns den Arsch so aufreißt. Ich würde ohne ihn nicht hier stehen, definitiv. Hast du damit gerechnet, dass es so schnell geht, dass du ihn in der ersten Runde hast? Nein, natürlich nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich wirklich über meine drei Runden gehen muss, weil der Gegner, ich weiß, dass er gut ist. Ja, äh, es war einfach Glück. Hat Glück dazugehört. Ich habe die entsprechenden Punkte getroffen, die wichtig waren. Es war ein Lebertreffer, war die Luft raus. Das hätte mir genauso passieren können. Wo kommt der jetzt hin, Wohnzimmer? Der kommt erstmal kurz nach Hause, einen Tag, und dann kommt er ab in die PSV-Halle. Definitiv. Aber du schläfst heute bei dem Gürtel. Das ist meiner, definitiv ist das heute meiner. Alles gefüllt. Matthias Zemski ist bei mir. Heute dein Hauptkampf. Alles ruht auf deinem Rücken. Wie ruhig bist du jetzt? Ich bin ganz ruhig, bin gelassen. Ich freue mich auf den Kampf. Wie gesagt, ähm, ich stand vorhin Vito gegenüber. Also, er ist ein Stückchen kleiner wie ich. Er liegt mir recht gut. Ich freue mich. Ich bin ganz locker, bin zuversichtlich. Ich habe die Fans hinter mir, meine Freunde. Alles wird gut. Wie ist das, wenn so, ich schätze mal geschätzte 300 Leute jetzt über den Daumen, hinter einem stehen und für einen jubeln werden. Gibt einem das auch vor dem Kampf schon richtig Kraft? Ja, klar. Also, der Kartenverkauf lief ja richtig super in Köthen. Viele Freunde und Fans. Wir haben fast 400 Karten verkauft. Äh, die feuern mich an, die unterstützen mich. Wir haben zwei Fanblocks. Alles super. Das ist cool. Das ist cool. Das ist cool.